Ach scheiße, das Problem hat sich dadurch aber auch nicht gelöst. Ja, wie behebe ich das denn? Das ist natürlich dreckig. Warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert das. Wenn nicht, habe ich ein bisschen reingekackt. So kann ich das Ding auf das andere Ding draufhauen. Müsste ja eigentlich funktionieren vom Prinzip her. Ah ja, es funktioniert, Tatsache. So. Das Ding ist ja richtig. Das hier steht schon mal richtig. Den müsste ich aber so umhauen, dass er irgendwie gut steht, in einer guten Position steht. Jetzt versuch mal. So, wenn ich ihn hier umhaue, was haben wir dann? Ist ja auch nicht besser. Ja, dann pull mal das Ding wieder hoch. So, wir drehen das Ding so lange, bis wir was Vernünftiges haben. Nein, 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 ich bin nicht so. So. Schieb es runter. Ja, schieb es runter. Ja, du, schieb es runter. Aber nicht so runter. Oh, fuck. Ich habe es falsch gemacht. Moment mal, funktioniert das immer noch? Ne, es macht kein Klickgeräusch. Das ist natürlich schlecht. Okay, ich müsste es jetzt wieder drehen. Ja, okay, dann drehen wir es mal in ein bisschen. Ich mache jetzt kein Risiko. Ich werde es ansonsten hier schon hochgepullt, aber... So, jetzt ist es einmal... Noch einmal müsste ich das machen. So, mach nochmal. Hier, Rasiel, mach nochmal. Zack. Ja, ja, ist gut. Wir wissen, dass du heiß bist. So, und jetzt noch einmal. Dann müsste ich es ja schon mal gerade haben. So. Schon mal super. Jetzt muss es noch gegen die andere Richtung... Also in die andere Richtung zeigen. Dann wäre es perfekt. Aber wie machen wir das? Ich muss das Ding ja drehen, irgendwie so. Ach, scheiße. Er ist doch dreckig hier. Was soll das jetzt? Das erste Rätsel, ich komme nicht drauf. Ach, wie pulle ich denn das Ding? Warte mal, wenn ich es von hinten nehme. Nein, 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 nein. Wenn ich es hier so... Hier so rein... Genau, und jetzt umpulle. Da müsste es doch eigentlich... Ja, gut, es funktioniert. Das ist schon mal super. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal echt gute Voraussetzung. Da ist jetzt ein bisschen zeitaufwendiger, gebe ich zu. Ja, aber wenn es funktioniert, habe ich kein Problem mit. Äh, so. So, einmal hier. So. Einmal hier so. Dann muss ich das Ding wieder hier so aufspissen. Einmal so. Einmal so. Und dann wieder umpullen. Dann müsste es ja eigentlich richtig jetzt sein. Hoffe ich jedenfalls. So. Och, kacke, ey. Ich hasse sowas. Ich bin echt kein Fan davon. Bestimmt war die Lösung so simpel. Und ich habe es schon auf Anhieb verkackt. Weil ich dachte, es würde einfach so gehen. Ah, dreckig. Okay. Ich weiß, was ich glaube, ich falsch gemacht habe. Aber jetzt schon. Ah, Mann. Rausschieben. Rausschieben. Äh, wie packe ich dich denn jetzt da hin, du? Ich habe ja einen Fehler gemacht. Ich muss dich ja erstmal wieder beheben. Indem ich dich jetzt da hinpacke und dann oben schleppe. Dann habe ich es ja wieder so, wie ich es vorher hatte. So. Ja. Hatte ich es ja so wie vorher. Perfekt. Der eine steht ja schon perfekt. Da muss ich ja nicht mehr viel machen. Der ist schon super. Aber der eine, der, der, der ist jetzt ein bisschen blöd. Mein Leben geht langsam futsch. Und ich muss mich beeilen. Ansonsten muss ich wieder schon wieder in die Unterwelt. Mich erstmal wieder regenerieren. Und dann wiederkommen. So. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Komm schon. Nein, 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 nein. Es ist perfekt. Ich habe, ich, ich, ich habe eigentlich, ich habe gedacht, ich hätte einen scheiß Fehler gemacht. Aber ich habe eigentlich richtig alles richtig gemacht. So, meine Freunde. Denn jetzt werden wir es hier schaffen. So. Einmal umpullen, bitte. Perfekt. Fertig. And. In your face. Die Dinger stehen jetzt gut. Wenn ich es jetzt nicht beim Umwerfen verkacke, ist alles super. So. Moment. Das müsste jetzt klappen hier. Das müsste jetzt klappen. Komm schon. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann hast du dich. So. Einmal da hinschieben. Perfekt. Okay, wir sind fertig. Gut. So. Dich einmal da hin. Und dich einmal hier hin. Und dann haben wir es. War ja nicht so schwer, muss man zugeben. Ich habe mich einfach nur dummer angestellt und den Stein einfach falsch reingestellt. Und den Stein einfach mal falsch reingestellt. Einfach mal falsch aufgestellt. Okay. So. Bad. Werde. Hat zwar gedauerteidig. Entschuldige mich dafür schon mal, aber... Sollte es öfters so welche Rätsel geben, wird das noch öfters passieren, wenn wir uns nicht gerade dumm anstellen. So, eine Tür. Türen sind gut. Insofern das keine Bosskämpfe sind, bin ich für alles offen. Oh ja. Falls es bei euch lägen soll. Das liegt nicht an mir, sage ich jetzt schon mal. Das liegt einfach am Spiel. Weil bei mir läuft das einfach mit, äh... mit guten... 60 FPS. Aber jetzt muss ich überlegen, was ich mit dir anstelle. So, warte mal. Wohin muss der Stein? Das ist hier doch die größte Frage überhaupt. Wo muss der scheiß Stein hin? Moment mal. Erstmal... First things first. Wir müssen erstmal hier ein... Teleporter-Ding freischalten. Wäre nett. So, Teleporter-Stein schon mal fertig. Gibt es da irgendwas zu erforschen? Oder kann ich einfach in die nächste, äh... nächste gehen? So, ist hier irgendwas? Das ist hier die Frage. Außer ins dummen Stein. Und Gegnern! Oh nein. Yo, was willst du? Stress nicht rum. Oh man. Ich sterbe. Hallo? Alter, ich geh gleich echt drauf. Nein! Ich kerre in meine sterbliche Form zurück. Aber man stirbt wenigstens nicht hundertprozentig. Ich glaub, Austar... Ähm... Man wird hier getötet. Dann ist man für immer tot. So, ich brauch sehen. Das war ungünstig. Ich hab echt ungeschickt gekämpft. Das war ungeschickter Kampf. Natürlich, wenn ich irgendwelche Viecher zum Aufsaugen brauche, ist nichts da. Komisch. Ziemlich komisch. Von hier kam ich doch. Hä? Aber von hier kam ich doch. Und daran erinnere ich mich doch. Von hier kam ich. Was soll ich denn hier wieder? Äh... Was soll ich denn hier wieder? Und hier kam ich doch. Bei diesem Kackplatz erinnere ich mich doch. Muss ich wieder zurück? Das kann... Nein, das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein, dass ich wieder zurück muss. Das wäre jetzt echt Mars. Immerhin kann ich schon mal... Fuck. Gesteck fest. Oder auch nicht. Ah doch, gesteck fest. Hallo, jetzt... Jetzt kannst du aber auch echt hoch gehen. So. Ey, was ist denn los? Ich erinnere mich an diesen Platz. Hier war ich schon mal. Ja, warte mal. Das heißt also, wenn ich dahin gehen würde, würde ich von da kommen, wo ich herkam. In Kurzform jetzt gesagt. Habe ich recht oder habe ich unrecht? Das ist doch voll unlogisch. Das Spiel verlangt von mir, dass ich zurückgehe. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber ich würde erst mal sagen, ich mache hier kurz eine kleine Aufnahmepause. Dann finden wir erst mal heraus, wo wir hinwissen. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, willkommen zurück zu... So, Reaver. Kleine Aufnahmepause gehabt, jetzt geht's weiter. Ähm... Ja, aber wohin muss ich denn? Ich gehe mal wieder raus und schaue mich mal um, weil... Das kann doch nicht sein, dass ich hier schon wieder hin und zurück muss. Das wäre unlogisch. Kann ich mich denn nicht irgendwie hier mit einer... Irgendwie umgucken, dass wir doch... Äh, gibt's hier keine Umgucken-Funktion oder so? Wäre echt... Wäre echt hilfreich. Ne, gibt sowas bestimmt nicht. Egal. Ich muss mich mal umschauen. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Eingang? Ich springe mal ein bisschen rum und schaue mich mal um. So. Warte, da war was, warte. Da brennt was. Ach so, okay, dann... Das will jetzt nicht machen. Moment. Okay, warte mal. Ich hab ne... Keine Ahnung, Philipp. War das das Gebiet, von wo ich kam? Ich weiß es nicht. Ich gehe... Ich... Scheiß drauf. Hab eh nichts zu verlieren, weil... So, einmal da rein, bitte. Da war was. Ich könnte schwören, da hat was gebrannt. Und wenn da was brennt, dann kann das... Muss das irgendwo... Wenn es nicht gerade da ist, von wo ich gerade eben herkam. Vielleicht hab ich mich auch getäuscht. Egal, ich mach mich nicht, zieh das jetzt durch. Gleich hatte ich ja noch am Ende recht. Pullen wir das Ding hier rüber. So. Ha! Ich hatte doch recht, hier war was. Okay, klatschen mal, warum wir wieder hierher gekommen sind. Na schön, gut. Wusste ich zum Beispiel nicht. Also, mein... Mein... Umschauen lohnt sich. Oh ja. Toll. Eure Sorte. Euch schmeiß ich... Boah, Alter, ich... Euch schmeiß ich richtig ins Wasser rein, einfach. Hier. Und tschüss. Ich glaube, das gibt keine Seelen, aber das soll mir auch echt scheißidei sein momentan. Momentan habe ich andere Sorgen. Ach, der Wein starb zum Aufspießen. Ja, das hätte ich mal ein bisschen früher wissen können. Ach, da ist noch einer. Ja. Ha! Du hast verfehlt, du Loser. Dafür wirst du jetzt aufgespießt hier. Langsam werdet ihr echt langweilig. Könnte mal ein paar andere Gegner vertragen. Was haben wir hier? Moment. So, was haben wir hier? Oh! Ihr seid zwar keine anderen Gegner, aber... Eine willkommene Abwechslung. Euch kann man viel leichter umbringen. So, jetzt gib mir deine Seele, weil das Problem an euch ist, ihr kommt immer wieder. So, ja, ich... Du kleiner Drecksacker. Ich habe doch gesagt, mit dir rechne ich doch gleich ab. Gedulde dich. Du wirst auch noch früh genug aufgespießt. Wie dein Freund davor. Du musst nicht so geizig sein. Das passiert jedem schon mal. So, wer will noch aufgespießt werden hier? Oh, du schon wieder. Ach, du Drecksacker. Ach, du hast verfehlt. Dafür wirst du aufgespießt. Jetzt gib mir deine Drecksseele. Die nicht gerade viel wert ist. So, wo sind wir hier gelandet? Hier, Willibschö. Noch mehr Rätseln kann ich echt nicht vertragen. Aber das Spiel weiß wenigstens hier, wie man hier mit schönen Rätseln guckt. Was ist das? Oh. Ungewollt, was richtig gemacht. Die Frage ist, wo bin ich jetzt, verdammte Scheiße. Aufgespießter Typ. Kein gutes Zeichen, wenn hier aufgespießte Typen sind. Oh, what the... Oh. Meine bekommene Abwerbzirgen. Menschen. Eure Seele gibt da eigentlich mehr. Sagt man sich so. Wo zur Hölle bin ich, bitte? Alter, wo bin ich hier? Ähm... Okay, wo bin ich hier, bitte?